Showdown Hallo Leute sind wir hier zu Halo 5 Guardians Multiplayer Raction in den Super Fiesta oder Geselligkeitsspiele Fiesta? Irgendwie sowas Erfreut mich! Der Modus ist verdammt lustig, das wissen wir alle Das war aber jetzt nicht der Kollege, das war ein anderer Kollege Jetzt starte ich mit den dicken Wummis Ich wollte mich jetzt aber voll verarschen A little bit übertrieben A little bit viel Aber gut Habe ich aber jetzt noch mal ein Glück gehabt So, moin Aber ist gut, ist gut, ist gut Ja, ich habe heute mal nix vorbereitet Einfach mal, just for fun, so good Ja, ich mein Mittlerweile geht ja wieder beef mäßig hier was los Auf Youtube Pausen Das habe ich ja schon damit getriegt In letzter Zeit ist beef hier ganz weit oben Habe ich mal angeführt von dem Badelmantel Johnny Aber Ne Oder, wie soll ich ihn sonst nennen Fett Haar Klaus Keine Ahnung Das ist ja völlig Abgespaced Aber gut Aber gut Wenn, wenn, wenn das dem Äh Fetter Johnny Spaß macht Oder Badelmantel Mike Keine Ahnung, wie ich es sonst nennen soll Ja gut Dann ist es halt so Aber gut Aber gut Dann ist es halt so Ja Das ist Ähm Etwas was Äh Ja Völlig Wurscht Lattens ist Bei dem Typen Der hält sich ja eh Für den größten Größten Helden der Welt Aber gut Ich mein Ich finde es mal lustig Wenn irgendeiner immer erzählt Ich werde Youtube verändern Und äh Das stinkt mir Ähm Äh Ich werd Ich bin ja Youtube Äh Ich war so ne Revolution Und so ne Kacke Ich mein Junge Ey Da erbrech ich ja jedes Mal Ne Aber ist gut Ich mein er ist ja schlau Seine Sache ist gut Aber ne wie gesagt Ey komm Du bist ja irgendeiner Scharfschütze von vorhin Ähm Wie gesagt Beef ist Wow Momentan wieder Jans Joost geschrieben Wow Zack Ähm Wie gesagt Beef ist ganz groß Wieder geschrieben Ganz groß in Action Ja tschüss Wechselfach Wow Ähm Wie gesagt Ganz groß in Action Ganz groß geschrieben Ganz beliebt Äh Beef hin wie fair Alter Hat der mich noch erwischt Krass ich wollte mich umdrehen und den erledigen Deswegen Ähm Wie gesagt äh Beef ist wieder ganz groß Aber Ja Spaß macht Also das ist das was mich auch bei YouTube Deutschland total abnervt Es sind gar nicht mal die ganzen Drachenlord Spinner oder Bademantelträger Es sind immer eigentlich eher diese Beef Nummern Ich mein hier reden wir von einem der äh alles verändern will und bieft alle an Das ist das Für mich ist das kein YouTube revolutionär oder einer der YouTube verändern will für mich ist einfach nur einer der die Schiene mitfährt nur ganz anders Deshalb Ich werd immer so Uah Kotz Wirk Ja da soll jetzt kein Diss gegen den Typen werden weil ich mein Alter Es gibt's jetzt gar nicht Ich hasse diese Map die ist einfach kacke für so ein Geselligkeitsspiel Ähm Auf jeden Boah ich dachte schon ich fall jetzt in den Tod Jetzt mal im Ernst Ähm Wie gesagt Mir ändert es sein oder soll er so machen Es ist wirklich kein Hate gegen den Ja ich mein ich lasse ich gucke mir nicht wirklich an ich hab keine Ahnung Ich hab so gut wie nix von ihm eine Ahnung Daher will ich mir kein Urteil erlauben von ich weiß wie er ist Ja Es ist alles nur Vermutung Ja und wenn ich keine Ahnung von seinem Content wirklich habe oder von seinen Community Boah ey immer diese mit dem scheiß Verbrennungsgewehr Ähm Ja Aber gut Wenn er meint aber trotzdem bei mir dann Ansage anzumachen Ja das mit drüber Na ganz ehrlich Oh Gut Eigentlich soll es nicht an ihn geben Ne Wie gesagt was mich so ein bisschen ankonsten Diese Mi Beefy Gedöns Nummer Die jetzt so abläuft Gibt's ja hier diesen Mi oder wie er heißt Ne Oder Oder sonst was Ja gut Dann Jetzt Jetzt hast du es aber jetzt hast du es So Jetzt hoffe ich kriege ich keinen am Sack Jo Ja natürlich muss einer mit dem Raketen wegkommen Ne Weil das ist so ein bisschen so Ach So ein bisschen einfach nervt mittlerweile Kann man hier einfach mal Einfach mal weg von dem ganzen Beef Scheiß Aber ich meine gut wenn YouTube wieder nicht irgendwie funktioniert auf einer Seite Äh da muss man eine andere andere Erfindung haben Das heißt eine andere Erfindung Meines Beefs gibt's schon seit Menschheitsgedenken Und äh Und äh Ja Ihr misst das so Wow Da muss die Welt halt Wow Beefen Ey ich hab doch abgeschossen oder ging Ich hab jetzt genau den Ton gehört wie er geschossen hat Ging halt jetzt nicht raus Krieg aber Plug an den Zähnen jetzt Ja Ja So ist das Super aber nicht mein verdienst Wow Wow Sind wir denn jetzt hier So Alter Hat der Glück gehabt's Scheiß dass die Schrote nicht so gut von zunuckelte Ähm Ja Wie gesagt Ist mir das eigentlich völlig wurscht Aber gut Warum nicht Man muss ja auch irgendwie wenn man Auf Youtube was machen will Muss man ja auch äh Wirklich eine Veränderung machen Ah Es kommen jetzt Äh laber doch keinen Scheiß Das war jetzt Porno Oh hab ich das gesagt Mhh Ne Wie gesagt wir haben ja diese neuen Youtube-Brichtlinien Ähm Gronkh wurde das schwer betroffen Ich würd's jetzt nicht wundern wenn das auch andere Youtuber betrifft So mit Video wurde gesperrt Ne Was so werbemäßig nichts passt So für Youtube was das immer war Das blöde ist wenn solche solche Was ich so ein bisschen Schiss habe Oder was ich so bedenken habe Gerade jetzt so Ähm Ähm Jetzt wenn irgendwelche Youtuber meinen mit Beefs ihre Ähm Kanäle zu betreiben Ne Wie jetzt zum Beispiel jetzt der Tanzverbot Das Wenn Youtube das scheiß findet ist ja weg vom Fenster Das ist ja das blöde Und dann kann er sich aufregen wie er will Deshalb Müsste man eigentlich Müsste man langsam anfangen mit dem Content so ein bisschen aufzupassen Ja ich mein Wir wissen alle Youtube macht ne Scheißidee damit Ach komm Alter Die neue Rocket Launcher ist in dem Punkt viel schneller Ja ist egal Spiel vorbei Niederlage Ach da waren sowieso schon welche Waren da jetzt welche weg Auf jeden Fall Für eine der verkackt hat Nicht schlecht Ja wie gesagt Ist jetzt so Mäh Egal Ja Das wollte ich was ich nur sagen will Diese Beef Nummer geht mir einfach nur mittlerweile am Keks Ja Also wenn man wenigstens mal Kann man nicht mal einen Monat mal Ruhe haben Kann man nicht mal einen Monat mal haben Wo keiner irgendeinen anbeeft Und sagt Ey du bist voll unreal Und sonstiges Einfach mal ein bisschen sacken lassen Einfach mal Youtube mal ein bisschen Einen Monat mal Youtube aus Spaß Und dann können wir mal wieder Dann ist mir dann vollkommen egal Weißt du das Wenn man jetzt sagen würde Ich könnte jetzt sagen Mein Beef ist ein Beef an dem Beef Weißt du Ich äh Hate den Beef So Klingt vielleicht doof Aber so mein ich das Weil irgendwann Also Vielleicht liegt es an meinem Alter Keine Ahnung Vielleicht weil ich Anders denke Bestimmt zu 70% aber Das fehlt mir selber schon Voll aus den Ohren Ich kann das nicht sehen Also jeder kommt mir an Guck dir mal Youtube Trends an Wo Pranks hier Pranks da Ja super Scroll ich mal weiter runter Hab ich ein Beef nach dem anderen Das ist auch nicht besser Ehrlich Aber gut Äh Ich verabschiede mich an der Stelle Genug gekotzt Wir sehen uns dann in der nächsten Folge Däumchen hoch Abo unterlassen Wär nice Wär cool Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge zu Halo 5 Guardians